Boah, das war ein Trainingslager. Ist das ein Bild oder ist das ein Film? Warte, warte. Ich sehe nichts. Ich habe gesehen. Glück und Pech hat man verdient oder nicht verdient. Das ist eine Schlimme. Wir haben Zeit, kein Problem. Wir haben Zeit. Fußball ist natürlich nicht nur dumm laufen. Es ist heute Sonntag hier, oder? Ich weiß nicht. Ich habe zum ersten Mal auch Läufe mit Kurven gemacht. Wir sind die besten Menschen der Welt. Step by step. 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 Wir werden nie gewinnen. Die Spieler sind tolle Spieler. Oft ist es so, dass du jetzt nicht unbedingt nach außen das Wahre sagst. Pass auf! Komm zurück zu Barca! Komm zurück zu Barca! Es war fantastisch. Es war so gut wie nie. Ich schlafe hier, muss ich sagen. Das war ein Trainingslager. Daria von den